Lass uns mal weiter verlieren, ich spiel weiter Tracer. Mästchen ist im Angreifen aber eben nicht so der Knaller. Obwohl, zeig dir mal, was wir drauf haben. Jetzt kommt Reinhard Löwenherz. Ich glaube, da ist er wirklich der Skin. Weiß es nicht. Aber sieht total cool aus. Bleib ich mal so ein bisschen an dir dran. Und dann rocken wir den Shit. Ich würde sagen, wir schützen unsere Kumpels hier in der Mitte mit. Ja, würde ich auch sagen. Das ist mega cool wäre, was niemals passieren würde, wenn... ...Blizzard sich mit Valve einigen würde und du halt Shell aufs Portal spielen könntest. Und dann mit der Portal Gun halt so Wege aufbauen könntest. Ich meine, du kannst ja schon dieses eine Portal bauen mit... ...Symmetra. Ja, aber... Vorsicht, oben im Waggon ist ein Soldier. Nein! Ah, man hat echt so wenig Leben als Mercy. Das ist schon... Krass! Ja, ich habe gerade Mercy... Mercy aus dem Gegnerteam habe ich gerade weggrauben. So, ich habe meine Ulti. Das ging schnell. Ich muss den Tank verwinken. Autsch! Ich habe eine Millisekunde davon entfernt, einfach weg zu sein und wehen zu heilen. Zack, macht der Quetscher schlurren. Ja, auch hinter mir. Da konnte ich auch nichts für machen. Ich habe dich in dem Sieb. Ah, von hinten. Eins, Soldier. Ja, ich bräuchte mal Heilung. Wo bist du gerade? Ich komme gerade zu dir. Danke. Ganz durch hier. Ganz durch hier. Ja, da hinten steht eine Bestchen drin. Genau. Mhm. Hm. Oh, was? Warum fliege ich denn ab und immer mal wieder aus dem Spiel, ey? Ja, Mann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Bei dir passiert das nicht. Nee. Nervig. Dabei lief es so gut. Das dann einfach, zack, und dann bist du wieder in der Login-Maske. Oder Spielernamen und Passwort eingeben sollst. Ich verstehe gar nicht, wie so ein Bug passieren kann. Weil du dann plötzlich ausgelockt bist. Ich weiß. Ich weiß es auch nicht. Spiel gefunden. Oh, ich glaube, ich trete euch wieder bei. Ja, du bist wieder bei. Ich habe zwar keine Textur für meine, meinen Staff. Ah ja, jetzt ist sie geladen. Ich habe den Wäschchen abgelehnt. Siebenmessi vom anderen Team, hat mich angegriffen, kaltblütig. Glaub an's denn, das ist ja fast Kannibalismus. So, das war schon ganz gut. Und das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, natürlich. Ja, ich habe schon gut gewonnen. Schade nur, dass ich irgendwie... ...minutenlang nicht dabei war. Ja, hinter deinem Schild werde ich geniessen. Oh... Ha! Stirben! Oh ja. Erledigt. Ouch, ouch, ouch. Entschuldigung. Oh, kein Ding passiert. Oh, jetzt habe ich ein... ...bann. Ich habe dich im Wäschchen. Dino ist fast fies. Mann. Zu wenig Damage, zu wenig Leben. Keine gute Bombo. Schieben wir das Ding zurück? Glaubt uns denn. Ja, fuck. Der Beste hat mich. Mit minimaler Angst vor Tracer. Ja, ich bin grad tot. Ich kann ja nichts machen. Wieso kann die du gut zielen? Wieso kann die so gut zielen? Verdammt. Hallo. Nein. Ah. Ah. Jetzt geht's ein bisschen raus. Ah, ich kann das da vorne nicht alleine machen, Leute. Warum schießt du denn nicht auf sie, Alter? Ich kann auf sie zu schießen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Na, Leute, das gibt es doch ja nicht. Ja, my prospects hatten. Ja, sagt immer, sammel uns. Sammel da euch. Vielleicht. Schatten wir es da haben, mit unserem Team noch einmal aufzurachten. Und zu nem push zu bringen. Ja, ich bin... Hinter's Schild. Ah, Mann. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass unser Team ein bisschen mehr auf ihre eigene Sicherheit als auf einen großen Push bedacht ist. Ja. Das scheint gerade nicht die richtige Strategie. Nee, wir können ganz ehrlich, wir können ja nach die Lobby wechseln, weil das war ein glasklarer Sieg. Und die kriegen das nicht hin, sonst gibt's doch nicht. Leute. Mann, die Kisten. Alter, die Kisten sind mein größter Feind. Das ist unfassbar. Werden schon nächter in der Kiste sterben. Tja, ich habe so gute Arbeit gelastet, aber das Team ist leider hier einfach beschissen gewesen. Tja, ich habe so gute Arbeit. Ich habe so viele Probleme. Ich habe so viele Ding Lange drauf. Wir haben noch eine Musik.